Mit Jahresbeginn riefen die Red Bulls eine neue Nachwuchsinitiative ins Leben. Das regionale Partnerteamprogramm. Gemeinsam mit dem EV Berchtesgaden aus Bayern, dem EV Lokomotive Bischofshofen aus dem Bongau, die Moonlegers Monsee aus dem Salzkammergut sowie den Voralpen Kingsvöcklerbruck aus dem Haushockviertel verfolgt man gemeinsam ein großes Ziel, Eishockey in der Region zu fördern und zu stärken. Nach ersten Trainings in den Heimstätten der Vereine gab es zum Saisonabschluss das erste gemeinsame Farbenturnier. Als Veranstaltungsort wurde die Red Bull Eishockey Akademie gewählt. Knapp 80 Kinder verwandelten die Eisfläche in einen riesigen Spielplatz. Zweieinhalb Stunden toppen die kleinen Eishockey-Cracks dabei über das Eis. Das Ziel ist, dass man Turniere nicht immer so weit fahren müssen mit den Kleinen, dass man die Reisen ein bisschen eindämmt und dass man in der Region mehr spielen kann auf einem besseren Niveau. Darum wollen wir denen mehr Eis bieten, die Trainer fortbilden und einfach das Eishockey da das Niveau heben. Die Zukunft ist rosig für den Eishockey-Sport, sage ich jetzt mal. Wir wachsen, speziell im Bischofshofen, wir boomen extrem ein bis drei Kinder jede Woche dazu. Wir brauchen nur mehr eine große Eisfläche, dann schauen wir mal, was noch möglich ist. Aber wie gesagt, die Kinder machen es dann Spaß und sie leben für das mittlerweile. Sie leben es einfach. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir solche Events öfter machen, dass wir bei uns was machen. Wir bemühen uns um Eiszeiten, wir wollen auch die anderen Clubs mit einladen, wir wollen Red Bull mit einladen. Dass wir halt immer in Kontakt bleiben und dass wir letztendlich alle haben, wir haben ja das gleiche Ziel, mehr Kinder aufs Eis bringen. Die Gurten fördern, alle mitziehen und schauen, dass wir einfach den Eishockey-Sport in der Region stärken können. Mir ist das Herz aufgegangen, wie ich die Kinder gesehen habe, wie die fröhlich waren. Die haben einen Spaß gehabt, die haben reingehaut. Jeder hat füreinander gekämpft, auch wenn sie sich nicht recht gekannt haben. Aber es war super. Spitze. Also ich finde, wie es jetzt schon gewesen ist heuer, finde es einfach super. Mit dem Turnier, mit dem Eimer Lines bei uns im Monsei, mit den Einladungen im Eisstadion. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Also wenn das so weitergeht, ich finde das eine ganz super Sache. Monsei 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 Vielen Dank.